Die Abwärtsbewegung ein bisschen eingebremst, das Ganze zumindest nicht mehr nach unten unterwegs, der Dow Jones hier, YM, das Kürzel für den Future Dezember Kontrakt, noch der Dezember Kontrakt, nächste Woche ist Verfall, am Wochenende oder jetzt zum Freitag wird umgestellt, das Volumen geht dann auf den nächsten Kontrakt, sprich auf den März über, das nur schon mal jetzt als kleine Ankündigung für all diejenigen, die das im Hinterkopf haben wollen. Naja, also Abwärtsbewegung zumindest mal ein bisschen eingebremst, allerdings so richtig Begeisterung, ich weiß es nicht, seht ihr da schon Begeisterung? Ich bin da noch ein bisschen, ja ich weiß nicht, nicht so richtig zufrieden. Die Bewegung jetzt hier heute Nachmittag seit 13.30 Uhr in etwa wird wieder nach oben getradet, so weit so gut, Rücksetzer hier, Rücksetzer hier, mal so einen kurzen Ausreißer da zu der Zeit. Also irgendwie so richtig glücklich bin ich mit der Bewegung nicht. Was müsste mich, oder was würde mich glücklich machen? Eine starke Bewegung ohne Zögerlichkeiten. Der Dow Jones ist ja schon fast der beste Kandidat hier auf dem Weg nach oben. Wir sehen, dass der S&P eher noch zögerlicher unterwegs ist. Ihr seht das hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Doch ich weiß es. Ich halte mein Geld in dem Fall für diese Zeitebene zumindest mal gerne zurück. Denn das ist nicht etwas, was ich sehen will, wo ich sage, klare Stärke in die eine Richtung. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, also zu diesem Zeitpunkt hätte ich noch gesagt, boah, sieht doch gut aus. Zu diesem Zeitpunkt, na, 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 zu diesem Zeitpunkt ebenfalls. Und wenn er dort A, B, C nach unten gegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall euch erzählt, Mensch, die Long-Richtung wäre doch eine ganz geschickte Geschichte. Also sprich, wenn das irgendwie so in diese Richtung gelaufen wäre, dann hätten wir hier einen starken Anstieg, würden wir hier eine Korrektur bekommen und das wäre mein Long-Trigger. So, zu dem Zeitpunkt hätte ich euch dieses Bild gemalt und hätte euch das mitgegeben als Idee. Dann hätte der Markt das gemacht und ich hätte gesagt, das sieht nun gar nicht danach aus, nach dem, was ich hier haben wollte. Und da seht ihr, die Zukunft vorhersehen können wir auch nicht, aber wir können dann erkennen, passt das? Nee, nun überhaupt nicht. Das ist nun komplett das Gegenteil der Geschichte. Und dementsprechend hat sich diese Long-Situation dann schon erledigt. Na gut, jetzt könnte man noch vielleicht, das wäre jetzt so der nächste Gedanke, allerdings ist das natürlich schon auf ein sehr dünnes Eis hier, sehr kurz, die Bewegung, dass man sagt, naja, Herr Rüdiger, wenn du ehrlich bist, jetzt gehen wir mal auf Minute runter, nur einfach, dass wir mal sehen, was so machbar ist. Die letzte Bewegung ist nun mal scharf nach unten. Das ist jetzt eher wackelig. Ihr seht, dass die Tiefs steigen, die Hochs, mal sehen, steigen auch. Also nehmen wir mal an, um mich jetzt glücklich zu machen, müsste ich jetzt hier einmal noch höher gehen, damit wir steigende Hochs hier haben, steigende Tiefs haben. Und dann wäre hier so das Tief dazwischen, eigentlich das, aber da wäre ich mutig und würde auch das nehmen, wäre ein Short Trigger. Aber ihr seht schon, dafür müsste er vorher nochmal ein neues Hoch bauen, damit wir steigende Tiefs und Hochs haben, damit wir dieses Korrekturmuster bekommen. Dann wäre beim Bruch dieser Tiefmarke hier der Entry für die Short-Seite. Das ist auf Minutenbasis, bis ihr das Video seht, ist die Kuh längst geritten. Naja, ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid, aber auf jeden Fall ist das Ding wahrscheinlich hier nicht mehr wirklich interessant. Aber so müsste dieses Muster in etwa aussehen, zur Not auf Minutenbasis, wenn ihr wollt. Natürlich, wenn ihr sehr kurzfristig unterwegs sein wollt. Zur Not sage ich deshalb, nicht weil diese Muster auf Minutenbasis nicht zu sehen sind, doch sie sind auch zu sehen. Aber man muss sehr schnell agieren, man muss ganz genau wissen, wo man da reingeht. Nicht erst noch überlegen, ausrechnen, pipapo. Also da muss man genau wissen, was man will. Zum Üben, zum Augentraining machen oder eben zum Vorbereiten im Übergeordneten ist das natürlich trotzdem geeignet. Also ihr seht, selbst dieses Bild ist im Moment eher für die Abwärtsseite, zumindest mal was das angeht. Überzeugt mich für die Kaufseite ehrlich gesagt noch gar nicht. So richtig glücklich bin ich mit Käufen aktuell, also noch nicht, auch wenn wir vorher mal dieses Ding hier hatten. Ne, also muss ich sagen, finde ich sehr zurückhaltend. Also das ist mehr oder weniger das Gleiche bei den anderen Indizes. Also nicht die Shortseite, sieht man hier jetzt nicht. Ich mache hier jetzt auch mal, ich gehe mal auf Minute, komm, das reiten wir mal durch hier. Heute habe ich es aber mit dem Reiten. Da seht ihr, wir sind zwar auch hier Schub runter und wackelig hoch, hier mit steigenden, tiefsteigenden Hochs. Aber ihr erinnert euch vielleicht, ich mache das mal einmal ein bisschen größer. Ich gehe mal in die Vergangenheit ein bisschen. Dass ich ganz häufig folgendes einzeichne, nämlich höchster Punkt, tiefster Punkt. Und ich will, dass er hier reinläuft, ganz grob hier reinläuft und das korrektiv. Er ist hier reingelaufen, ein bisschen höher sogar, ist reingelaufen. Aber das ist nicht korrektiv von hier nach da, das ist ein Impuls. Und anschließend ist er ja sogar, ja, hier oben, das ist meine Killermarke. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, 78, 6er Marke. Da, wenn er die durchstößt, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit für diese Verhaltensmuster deutlich ab. Und dann geht das geratelos. Raten fände ich doof und deshalb mache ich dann da nicht mehr mit. Das heißt, das ist so mein Killer. Das heißt, auch wenn das jetzt hier doch wackelig hoch ist, mit dem Überschießen über die Marke, ist jetzt meine Short-Idee erstmal nicht mehr so richtig das, was ich hier auf dem Plan habe. Also ihr seht mich so halbwegs ratlos. Im kleinen Bild sehr zurückhaltend. Im großen Bild, naja, ich würde theoretisch immer noch eher von der Abwärtsseite ausgehen. Dass es meine Gegenbewegung in der Abwärtsbewegung gibt, finde ich gar nicht so absurd. Das wäre auch nach diesem Rücksetzer ja gar nicht so abwegig. Aber irgendwie long zu gehen, finde ich hier jetzt aktuell noch nicht sehr erkennbar. Das könnte sich ändern. Ihr wisst ungefähr, wie das aussehen müsste. Wenn ich mich da ändern soll von der Richtung, dann bräuchten wir irgendwo eine Pause, einen weiteren Anstieg, Pause, weiteren Anstieg. Dann hätten wir schon mal den ersten starken Teil. Anschließend bräuchte ich dann eine Korrektur. Und dann würde ich wieder mich auf die long-Seite mit reingeben. Das ist allerdings noch ein gutes Stück von der Realität entfernt. Kann durchaus passieren. Ich weiß, viele wünschen sich, aber ich möchte den doch schon gerne handeln. Ja, aber doch bitte nicht, wenn das so hässlich aussieht. Finde ich zumindest ein Wagnis. Kann ich nicht wirklich empfehlen. Nicht, dass das dann nicht passieren kann. Aber die Voraussage so einer Bewegung, wenn das so hässlich aussieht, die ist aus meiner Sicht sehr auf tönenden Füßen aufgestellt. Beim DAX sieht es, naja, nicht großartig anders aus. Also wir sind immerhin, das ist vielleicht noch mal ein Vorteil, mit am wackeligsten nach unten gelaufen von den ganzen Indizes. Das lässt beim DAX am ehesten vermuten, dass wir vielleicht doch noch mal ein bisschen höher gehen hier. Aber letztlich wird der DAX sich wahrscheinlich auch so ein bisschen am Dow Jones orientieren. Nicht notwendigerweise am S&P 500, nicht notwendigerweise am Nasdaq. Denn die ticken irgendwie ein bisschen anders. Aber wenn ihr mal vergleicht, das ist der DAX auf Tagesebene hier so die Bewegung. Das ist der Dow Jones auf Tagesebene. Und die Bewegung hier, das ist schon relativ ähnlich. Dagegen ist Nasdaq, ihr seht, heute springe ich so ein bisschen hin und her, komplett anders aufgestellt. Deshalb würde ich mich, was den DAX angeht, eher am Dow Jones orientieren. S&P und Nasdaq dagegen gehören zusammen. So, viel mehr kann ich nicht erzählen. Heute ganz kurz oder verhältnismäßig kurz. Man muss es ja nicht in die Länge ziehen. Ich finde es doof, was ich hier aktuell sehe. Deshalb sage ich mir, sollen die anderen doch mal machen. Und wenn sie mir wieder was Schönes zeigen, dann mische ich da gerne mit. Aktuell überzeugt mich das relativ wenig. Ich bin also nach wie vor in der Sorge, dass die Abwärtsrichtung noch ein bisschen weiter geht. DAX und Dow Jones hätten es verdient. Das Niveau, die Größe von Nasdaq und S&P würden mir theoretisch reichen. Aber es gibt keine Anzeichen irgendwie jetzt aktuell für die Long-Seite. Deshalb bin ich da ein wenig zurückhaltend. Na gut, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.